Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute im Stream habe ich den ultimativen Test gemacht, weil es schon lange die Vermutung von mir gibt und auch von einigen anderen, dass eventuell die Droprate von Uber Unix erhöht sein könnte, wenn man selbst zündet. Und deswegen habe ich mir gedacht, als Experiment gepaart mit, als Dankeschön für die Community, haue ich mal 100 Dureal Runs raus und zünde wirklich jeden Dureal Run selber. Danach habe ich auch nochmal 80 Runs gemacht mit dem Mod, der auch selber nochmal 80 gezündet hat. Und ich glaube, ich kann jetzt ganz genau sagen, ob die Droprate für Dureal höher ist, wenn man selber zündet oder nicht. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist, ob die Droprate anders ist, wenn man quasi alleine und solo Dureal macht. Das wäre auf jeden Fall nochmal ein Experiment wert. Wenn ihr darauf Bock habt, schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Da mache ich wirklich mal 100 Dureal Runs alleine. Ist total asozial, weil 300 Runs für andere Leute quasi flirten gehen. Aber für die Wissenschaft, damit wir das ein für alle Mal wissen, würde ich das einmal machen, um zu sehen, ob man vielleicht solo eine erhöhte Chance hat, als in einer Gruppe. Aber kommen wir erstmal dazu, wie heute der Tag verlief. Also, ich hatte meine 216 Eier und 216 Scherben. Dafür habe ich eine ganze Woche gefarmt und hatte ein bisschen Hilfe von der Community, beziehungsweise von einem Moderator, der mir dabei am Sammeln geholfen hat. Und wir haben in die Dureal Runs reingestartet. Und ich muss sagen, die Uber-Unique-Drop-Chance für die anderen Leute, die nicht selber gezündet haben, sondern nur dabei waren, war so wie immer. Jeder hat mal ein Uber-Unique bekommen. Alles war so, wie es sonst auch war. Hier fiel mal eins, da fiel mal eins. Einer hatte mal zwei innerhalb ein paar Runs. Dann war mal längere Zeit nichts. Also alles wie immer ohne irgendwelche, ohne dass es irgendwie ungewöhnlich ist. Was ungewöhnlich war, ist, dass ich selber entweder unglaublich Unlucky war oder die Drop-Chance, wenn man selber zündet, halt wirklich nicht erhöht ist. Weil mein erstes Uber-Unique habe ich bekommen nach 75 Dureal Runs. Harle-Kind, Hallöchen. Wie geht's, wie steht's? Harle-Kind habe ich bekommen nach 75 Runs. Also das heißt, ich habe 74 Mal selber gezündet und beim 75. Mal selber zünden fiel ein Uber-Unique. Das muss jetzt nicht unbedingt sofort bedeuten, dass die Theorie widerlegt ist, dass die Drop-Chance erhöht ist, wenn man selber zündet. Aber es ist schon eine sehr krasse Tendenz dazu, dass alles normal ist, so wie immer. Egal, ob man selber zündet oder nicht. Dann habe ich weiter 30 Runs gemacht. Selber gezündet ist wieder nichts gefallen. Dann kam der Mod. Der hat dann selber auch nochmal gezündet. 80 Stück. Und dort ist nach 59 Mal, das heißt 30 Stück, wo ich selber gezündet habe und dann nochmal 60 fast, wo er gezündet hat. Mein zweites Uber-Unique heute gefallen. Ist mir auch schon passiert, Joe. Ist mir auch schon passiert. Weißt du, wie entgeistert ich geguckt habe? Man muss sich nur genug beschweren, Leute. Man muss sich nur genug beschweren. Das war dann glücklicherweise der Großvater war sehr, sehr nice. Aber wir können festhalten, ich habe 180 Runs heute gemacht. 105 selber gezündet und 80 nicht selber gezündet. Und einmal nach 75 Runs eins bekommen und dann einmal wieder ungefähr nach 80 Runs. Also, wenn ihr mich fragt, ist die Theorie sehr gut, wie ihr da legt, dass die Drop-Chance erhöht ist, wenn man selber zündet. Deswegen an alle Leute da draußen die Info. Ich habe es für euch getestet. Es kann natürlich sein, dass ich total unlucky war heute. Oder andere Leute mehr Glück hatten. Aber ich würde schon sagen, bei den hohen Zahlen. Klar, es sind nur 180 Runs. Aber man kann da schon sehen, dass die Drop-Chance dann nicht erhöht wäre. Sonst hätte ich schon erwartet, dass in 100 Runs mindestens mal 3, 4 fallen, wenn die Drop-Chance erhöht wäre. So sind wir immer noch in dieser 2, 1, 2% Chance. So wie es normal ist. Also können wir wirklich davon ausgehen, dass die Drop-Chance nicht erhöht ist, wenn man Duriel Solo macht. Die nächsten Tage wird es noch ein weiteres Experiment geben. Da geht es um boshafte Herzen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Könnte vielleicht ganz interessant für euch sein. Würde mich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.